Hi und herzlich willkommen beim MyMonk-Podcast, der dir hilft, deinen Weg zu gehen. Ich bin Tim und ich freue mich, dass du da bist. Dieser Weg ist normalerweise keine Gerade. Gott oder das Universum oder der Zufall arbeiten nicht mit einem Geodreieck. Dass sich unser Weg aber mal hierhin und mal dorthin biegt, heißt nicht, dass wir uns verbiegen sollten. Zumindest nicht allzu oft, nicht allzu lange und nicht allzu sehr. Hast du denn Kollegen, die karrieremäßig an dir vorbeiziehen, obwohl du weißt, dass du eigentlich viel mehr auf dem Kasten hast als sie? Kollegen, die ihrem Chef den Arsch küssen und deswegen an allen anderen vorbei befördert werden und blöde grinsend mit Taschen voller Geld nach Hause gehen? Oder kennst du Leute, die ganz offensichtlich nicht sie selbst sind, nur um anderen zu gefallen und dafür dann doch irgendwie permanent von ihrer Umwelt bestätigt werden, die immer alles ganz toll finden, was man ihnen erzählt und kaum ein Widerwort über die Lippen bringen und die dafür nicht nur Bestätigung bekommen, sondern auch noch so einen riesigen Kreis aus Freunden und Bekannten haben oder, noch viel geiler und wichtiger, eine riesengroße Follower schafft, während du ehrliche Seele vielleicht manchmal an so einem Freitagabend oder Samstagabend allein zu Hause hockst. Wenn es dich quält, sowas zu sehen und zu erleben, dann hilft dir vielleicht die folgende kleine Geschichte. Der griechische Philosoph Diogenes saß auf der Türschwelle irgendeines Hauses und aß ein Teller Linsen, den er sich auf dem Marktplatz um die Ecke geholt hat. Der Teller Linsen war das billigste Essen in ganz Athen, also ungefähr das, was bei uns heute die Margarita-Pizza mit ohne alles aus dem Penny im Dreierpack ist. Linsen zu essen zeigte damals jedenfalls ganz deutlich, ich bin pleite. Da saß er also, der Diogenes verputzte seine Linsen, als um die Ecke ein Minister des Kaisers kam. Und der Minister kannte Diogenes sehr wohl, diesen alten Querulanten, der sich dem Kaiser einfach nicht beugen wollte. Und so sprach der Minister das Leckermäuerchen an, das damit sein Linsen auf der Türschwelle saß. Ach herrje, wie bedauerlich, Diogenes, wenn du lernen würdest, ein bisschen unterwürfiger zu sein und dem Kaiser ein bisschen mehr zu schmeicheln, müsstest du nicht Linsen essen. Diogenes hörte auf zu essen, schaute auf, dem Minister in die Augen, mit festem Blick und sagte, wie bedauerlich für dich, Bruder, wenn du lernen würdest, ein paar Linsen zu essen, müsstest du nicht so unterwürfig sein und dem Kaiser ständig in den Hintern kriechen. So machte Diogenes das. Er wusste, jeder Mensch will gern geliebt und bestätigt werden und erfolgreich sein. Er wusste aber auch, wer sich dafür verbiegt, seine Selbstachtung an der Hintertür des anderen abgibt, der zahlt drauf. Kann sein, dass wir manchmal gute Miene zum bösen Spiel machen müssen. Das erwachsene Leben erfordert ein paar Kompromisse. Aber wenn dem so ist und wenn wir wissen, dass wir das aus sinnvollen Gründen tun, dann verlieren wir ja auch nicht unsere Selbstachtung dabei. Zumindest wenn das nur eine vorübergehende Geschichte ist. Meistens, wenn es zum Beispiel nicht ums Überleben, sondern um Gier und Geld und Macht und Anerkennung aus falschen Gründen geht, dann gilt aber, wer sich verbiegt, zahlt drauf. Was wir auf alle Fälle loslassen können, ist der Wunsch, es allen anderen recht zu machen. Ich kenne keinen sicheren Weg zum Erfolg, aber einen sicheren Weg zum Misserfolg, es allen recht machen zu wollen, hat Platon gesagt. In der zweiten oder dritten Klasse war ich ziemlich einsam. Also habe ich das Geld genommen, das meine Eltern mir zum Eisessen gegeben haben und habe andere Kinder gefragt, ob sie für ein paar Mark meine Freunde sein wollen. Wollten sie nicht. Ich habe das Geld behalten und irgendwie auch noch meine letzte Hoffnung verloren. Ich ging nach Hause und weinte Tränen, die so groß waren wie Eiskugeln. Seitdem sind 25 Jahre oder so vergangen oder 26, 27 Jahre, in denen ich lange Zeit immer wieder gehadert habe mit der Einsamkeit und dem Gefühl, ich sei nicht liebenswert genug. Nach und nach habe ich aber gelernt, immer mehr zu mir zu stehen. Und ich habe erfahren, dass ich gerade dann gute Beziehungen erleben kann, wenn ich authentisch bin. Ohne Manipulation und ohne mich zu verbiegen. Thema Helfen. Wir verkaufen es uns manchmal selbst so, dass wir ja einfach ach so hilfsbereit sind und so gute Menschen und deshalb nicht Nein sagen können. Aber manchmal steht da eben was ganz anderes dahinter als unsere grundsätzlich bestimmt vorhandene Güte. Es ist ein großer Unterschied, ob wir anderen helfen und für sie da sind oder ob wir es allen anderen recht machen wollen. Ersteres nimmt Rücksicht auf unsere eigenen Grenzen und Bedürfnisse. Letzteres tritt sie mit Füßen. Ersteres tun wir aus Liebe oder Güte. Letzteres aus dem Gefühl, nicht gut genug zu sein und deshalb ständig was leisten zu müssen. Aus Angst, man würde uns andernfalls verstoßen, besetzt dann eine Frage unseren Kopf. Was muss ich tun, damit meine Mitmenschen gut über mich denken? Und so werden ein Kuchen gebacken jedes Mal, wenn wir irgendwo eingeladen sind, natürlich inklusive veganer, glutenfreier und geschmacksfreier Variante für alle Betroffenen. Arbeiten abgenommen. Sicher, geh du noch schon nach Hause, Kollege. Ich mache das sauber und vielleicht schaffst du es ja das nächste Mal aufs Klo. Verantwortung werden aufgeladen. Klar darf dein pflegebedürftiger Opa bei mir einziehen. Ich bin doch zur Zeit Single und habe ein Doppelbett. Auch wenn uns eigentlich gar nicht danach ist. Dann meinen wir nein und sagen ja. Lächeln nach außen, doch kommen wir im Innen kaum klar. Verausgaben uns für Applaus und für die Gunst, die im Grunde gar nichts bedeuten. Die Berkeley University, genauer gesagt das dortige Greater Good Science Center, hat ein paar sehr interessante Studien dazu angestellt, ob es sich lohnt oder nicht, wenn wir uns verbiegen. Und vier Punkte sind mir dabei besonders in Erinnerung geblieben. Erstens, wir sind leichter zu durchschauen, als wir glauben. Fröhlich tun, während es in uns wütet oder schmerzt, um andere zu verschonen, um nicht unbequem zu werden. Das kann man versuchen, bringt aber nicht allzu viel, denn wir Menschen sind nicht besonders gut darin, unsere Gefühle zu verstecken. Dafür aber umso besser darin, Unstimmigkeiten zu erkennen. Kleinste Mikroausdrücke huschen unbewusst in Sekundenbruchteilen durch unsere Mimik und unsere Körpersprache. Obwohl wir vielleicht als der jeweils, als das Gegenüber nicht unbedingt mit dem Finger drauf zeigen können, triggern sie die Spiegelneuronen in unserem Gehirn, machen uns stutzig und lassen uns denken, irgendwas stimmt da nicht bei dem. Und das führt zu Stress. Und zwar bei beiden Parteien. Zweitens. Verbiegen raubt uns Kraft und lässt uns schlechter konzentrieren. Verbiegen kostet nämlich Kraft. Und das ist bei einem Löffel so, wenn man nicht gerade Uri Geller ist, falls sie noch jemand kennt, und mit unserem Wesen ist es genauso. Denn es verlangt nach einer Menge Selbstkontrolle. Diese ist jedoch eine sehr stark begrenzte Form von Energie, wie die Stanford-Psychologe Kelly McGonigal in ihrem Buch The Willpower Instinct schreibt. Wie so ein Muskel erschlafft sie über den Tag, diese Selbstdisziplin, diese Willenskraft, je mehr wir sie beanspruchen. Sie fehlt uns dann woanders ganz spürbar. Sogar in völlig anderen Bereichen. Wenn wir uns konzentrieren wollen auf irgendwas zum Beispiel, Disziplin aufbringen wollen für irgendwas, eine Entscheidung treffen oder unsere Emotionen regulieren müssen. Diese Verkleidung wiegt Tonnen. Und unter ihrer Last reagieren wir viel schneller aggressiv und unfair, weil wir dann eben weniger Disziplin für anderes übrig haben. Gehen dann zum Beispiel auch deutlich mehr bescheuerte Risiken ein. Essen mehr, um uns zu beruhigen. Unser Denken wird matschiger. Unser Planungs- und unser Leistungsvermögen knickt ein wie so ein Nilpferd auf Streichholzbein. Drittens, es anderen recht machen, führt zu Stress und Krankheit. Ein Orgasmus vortäuschen. Du warst echt spitze, Manfred, und wie mich deine Nasenhaare kitzeln, macht mich wahnsinnig an. Leute einladen, obwohl man gerade Zeit für sich selber braucht. Ruhig bleiben, obwohl man ausrasten könnte. All das sind mehr oder weniger große Lügen. Mögen sie noch so harmlos scheinen und sogar mit guten Absichten einhergehen und mögen wir noch so geübt darin sein, uns zu verstellen. Es verursacht Stress. Genau darauf basieren ja auch die Lügendetektortests. Lügen wir, zeigt sich der Stress in unserem Körper. Der Puls verändert sich, die Atmung, der elektrische Widerstand auf der Haut. Wir sind angespannt und das hört man. Oft unbewusst, außerdem auch an unserer Stimme, denn die Anspannung wirkt sich auf die Stimmbände aus. Dafür verantwortlich sind die Stresshormone, die bei einer Lüge ausgeschüttet werden. Sie beeinflussen uns bekanntlich nicht nur kurzfristig, wenn du es hörst zum Beispiel, sondern sie schaden uns auch umso mehr, je mehr wir uns verstellen, also lügen und entsprechend gestresst sind. In Studien wurden Menschen darin geschult, wie sie in ihrem Alltag weniger lügen können. Man fand heraus, dass sie über die Zeit tatsächlich sogar immer schlechter lügen konnten, dafür aber körperlich gesunder waren. Sie hatten weniger Kopfschmerzen und Verspannungen, waren selten erkältet und schliefen besser. Grund war der verringerte Stresspegel. Außerdem haben sie berichtet, weniger ängstlich und nervös zu sein und dass sich ihre Beziehungen verbessert hätten. Viertens, je mehr du von anderen gemocht werden willst, desto weniger wirst du dich selbst mögen. Ich werde lieber nicht gemocht für den, der ich bin, als gemocht für etwas, das ich nicht bin, soll Kurt Cobain gesagt haben, bevor er sich mit 27 das Leben genommen hat, vielleicht weil er sich am Ende doch zu sehr hat vereinnahmen lassen und sich selbst verloren hat, keine Ahnung. Genau das passiert schließlich, wenn wir unsere eigenen Bedürfnisse übergehen. Wer sich ein Bein rausreißt, um anderen zu helfen, hat eben nur noch ein Bein übrig. Der Stand wird dann unsicher, man verliert den Halt und wer sich beide Beine rausreißt, liegt zusammen mit seinem Selbstwertgefühl am Boden und wird vollkommen abhängig von den anderen. Nehmen wir uns also das Recht raus, gut zu uns zu sein, unsere Bedürfnisse wichtig zu nehmen, authentisch zu sein, dann können wir auch aus freien Stücken und mit vollem Herzen geben. Denn es ist unser Recht. Wenn wir es uns nicht selbst nehmen, dann wird es auch kein anderer für uns erledigen. Und dazu müssen wir gar nicht zu Systemfeind-Märtyrern werden, die gegen alles und jeden sind, um sich selber zu beschützen und ihre Freiheit, sondern einfach hier und da vielleicht ein bisschen mehr zu dem stehen, was wir sind und was wir gerade brauchen. Wo möchtest du dich vielleicht ein bisschen mehr auf deine Bedürfnisse und Prioritäten konzentrieren? Ich achte auf deine Zeit so gut ich kann, deshalb ist die Folge auch schon wieder vorbei. Ich habe vielen Dank fürs Zuhören. Wenn dir der Podcast gefällt, freue ich mich sehr, wenn du ihn weiterempfiehlst oder mir eine Nachricht schreibst, zum Beispiel bei Instagram, einfach mal nach mymonk suchen oder auch sehr über eine ehrliche Bewertung bei iTunes. Schöne Zeit hier und bis bald vielleicht. Ciao. Ciao.